herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge von let's play pokémon schild als allererstes gucken wir ob unsere pokéjobs endlich erledigt sind ja sehr gut mc versicherungen wollte gast pokémon sowie es aussieht die haben wir doch mit freuden geliefert haben exzellente arbeit gemacht meine kleinen geister und dafür gibt es sogar 3000 poké dollar hier scheint jemand feen pokémon haben zu wollen ach das waren die die wir frisch gefangen haben hiziki oka genau models für die entwürfe waren großartig zufriedenheit und wir bekommen einen mond stein schlecht so strapazierten stoff die wollten käfer pokémon so wie es aussieht und daily discovery war gut zufrieden würde ich sagen ja und deswegen gibt es nur 900 poké dollar na gut das sieht nach einer kleinen schiff aus celebrity wollte psychotechnik machen haben wir geholfen haben erfahrungspunkte gekriegt waren großartig und bekommen eine dose limonade und die personalbewertung schienen auch feen pokémon haben zu wollen von galataxi haben exzellente arbeit gemacht bekommen gute erfahrungspunkte waren äußerst zufrieden und wir bekommen zwei flaschen sprudel dafür nicht schlecht nicht schlecht so wir haben neue stellen die wollen wir doch gleich mal abarbeiten steakhouse lecker paul in der gastronomie darf es nie an eis mangeln daher suchen wir als pokémon die uns unter die arme greifen können maximal sieben uhr ob wir schon sieben eis pokémon haben das weiß ich nicht als ich auch nicht jetzt so die auch naja da geht es doch schon gut los als es jetzt nämlich nicht so die häufigste typenvertretung und wir haben fünf da muss ich meine eis pokémon irgendwann noch mal wieder aufstocken ein wenig aber gut und entsenden wir entsenden sie für einen halben tag je kälter desto leckerer restaurant wellenflut für unsere gekönten dessert suchen wir eispokémon welche die temperatur unserer kreation regulieren haben wir nicht mehr tut mir leid erntezeit der törfarm wir sind auf der suche nach ein paar erntehelfern käfer pokémon werden uns eine besondere hilfe sieben stück bitte käfer habe ich da ist weiß ich diesmal schicken wir aber nicht die kräfte kombinationen weg erstmal schauen dass die reinen kräfer pokémon sorgen eher weniger aber ist nicht schlimm und kommt noch ein watribi und dann dürfte das passen so inspektion des schiffs buchs trink gesucht wasser pokémon wir brauchen jemanden der für uns wasser taucht und den schiffs buch von unten inspiziert labras schiff bau sucht dafür sechs wasser pokémon die haben wir doch sicherlich zur verfügung wie kuga die kuda wie es auch immer ausgesprochen wird und alle los und krebs chor und kappador da war das näher kam ich hab's dann nehmen wir noch einen membraner und dann haben wir auch die wasser pokémon sehr gut laufschuh design die entwickeln neue laufschuhen suchen dafür elektro pokémon die blitz schnell durch die gegen flitzen können man gut dass ich jetzt die whatsapp nicht weggeschickt habe in weiser voraussicht aber wir gucken mal was wir sonst noch so für elektro pokémon haben ach wohl die fritzel blitz iguana ein whatsapp ein toxel oh ein pikachu haben wir ja auch haben wir im raid gefangen stimmt ja noch ein whatsapp ach da war er gar nicht dabei das musste leider ausschnitten aber das war mein kleines hörspiel ach wo habe ich ein pikachu im raid gefangen war ganz nett okay wir haben sieben elektro pokémon und als letztes kleidung mit qualität von porcini ohne hochwertige seite kann hochwertige kleidung ohne hochwertige ohne hochwertige seite keine hochwertige kleidung genau wir gehen in großproduktion bitte leitet uns eure käfer pokémon und nein ich habe doch schon die bei der erntezeit käfer pokémon in sendet die habe ich doch nicht tut mir leid gut ein paar poko jobs konnten wir machen wir machen uns jetzt nach klaus city würde ich sagen weil von da aus geht es nämlich in die nächste stadt wie wir von papella erfahren haben und da steht bett sie rum was geht ab brauchst man wieder eine abreibung bist du hier um zu gaffen erfreut dich mein anblick jetzt wo ich kein challenger mehr bin hast du wirklich nichts besseres zu tun äh gerade nicht vielleicht hast du sogar recht damit seit ich disqualifiziert wurde hast du schließlich deinen gefährlichsten gegner vom hals aber denk ja nicht dass ich aufgegeben habe ich muss einfach champ werden für den ligapräsidenten deshalb werde ich ihn darum bitten mich wieder an der arena challenge teilnehmen zu lassen oh da ist ein propeller oha wen haben wir denn da das ist mal ein strahlendes pink der junge nimmt kein blatt vor den mund und ein bisschen verschroben ist er auch das zeug von charakter so mag ich das willkommen zu meiner arena mission wie bitte pink pink von kopf bis fuß pink herzlichen glückwunsch jungchen sie sind doch papella nicht wahr was in aller welt sollte das eben olivia hat dich schamlos ausgenutzt und dich wundsterne für sie sammeln lassen richtig und jetzt wo sie dich nicht mehr braucht hat sie dich einfach deinem schicksal überlassen ich weiß wie du dich fühlst die verzweiflung steht dir ins gesicht geschrieben ich kann dir vielleicht aus dieser misere helfen du musst nur mit mir kommen und bereit sein einsatz zu zeigen kannst du das jungchen ob ich das kann ist das ihr ernst stellen sie etwa mein können in frage natürlich kann ich das ich werde ihnen zeigen was in mir steckt sie werden schon sehen und dann bringe ich sie dazu mir alles zu verraten was sie über die wundsterne wissen wir verabschieden uns fürs erste kindchen du solltest dich als nächstes auf route 7 begeben und nach kirkester weiterreisen mach ich alles klar los geht's war ich eigentlich überall schon drinnen ich weiß das schon gar nicht mehr soll ich dir verraten wie zutraulich deine pokémon sind die sind mega zutraulich na willst du wissen ob deine pokémon auch wirklich alles geben ja hier kommt christina dieses pokémon es könnte sich noch ein kleines bisschen mehr anstrengen finde ich auch ha du deine pokémon weil sie habt das zeug dazu ganz dicke freunde zu werden gibt ein pokémon dieses item in seinem wundervollen klang zu tragen und das wird vielleicht noch zutraulicher ok anscheinend war ich hier noch nicht ich habe eine sanft lockerei erhalten net nach weg und hier gibt es hoffentlich war ich hier wenigstens schon drinnen ja man muss sich das zusammenspiel von pokémon items und attacken fokussieren immer schön dran denken ok ja von dem mann fokus konnte kriegt ok also waren wir in der linken seite überall schon drin und jetzt können wir rechts erkunden ich bin zum kleinen um allein nicht in der naturzone laufen zu dürfen deshalb fahre ich mit dem zug ob ich schon allein zu fahren darf na klar ich bin auch schon groß es wäre voll toll wenn das lunchbox gäbe die man im zug essen kann oh gott was will die denn schon wieder ich sehe sehe jedes kind weiß dass schätze immer von einem drachen bewacht werden deshalb passt es ja so gut dass roi der wächter der schatzkammer ist weil er ein drache ist ich habe gehört dass die pokémon in der naturzone allerlei zeug in ihren estern horten es soll sogar pokémon geben die tps sammeln aha das ist eine pokémon statu gerüchten zufolge kann man pokémon leichter fangen wenn man sie berührt ok weißt du was in kala sind überall noch viele alte gebäude von ganz früher übrig und du bist du siehst vertrauenswürdig aus weißt du es gibt da jemanden den ich mag und ich habe ihm einen brief geschrieben würdest du ihn für mich zubringen klar das freut mich vielen dank ich heiße übrigens paulina dann vertraue ich dem einen brief an ja wir erhalten einen vergibten brief diesen brief hast du von einem mädchen erhalten um ihn einem jungen zu übergeben aus irgendeinem grund sieht er schon etwas älter und vergibt aus bitte bringen zu frank in fairbally ja gut das erledigen wir ja gleich dann haben wir das hinter uns dann schauen wir doch mal wo frank ist bist du vielleicht frank frank so heißt mein opa sollte ich das nicht einem kleinen jungen bringen ja ich bin frank was du bist hier um mir einen brief zu überbringen du übergibst ihn im vergibten brief mal schauen von mir ist du meine güte von paulina ach da werden erinnerungen wach wir haben oft zusammen gespielt als wir klein waren aber irgendwann ist sie sehr krank geworden und wollte das von mir geheim halten deswegen habe ich für uns fürchterlich gestritten dann ist meine familie plötzlich weggezogen und seitdem haben wir uns nicht mehr gesehen jetzt pauline gut als du sie gesehen hast moment das kleine mädchen hat früher mit hallo das war ein geist du bist nicht sehr gesprächig was hier hast du eine belohnung dafür dass du mir ein stück meiner jugend wieder gebracht hast den wahlschall okay wir haben wahlschall bekommen finde ich ein bisschen gruselig dass wir mit dem geister mädchen gesprochen haben und dann oh gott manu störe jetzt nicht unterhalte mich gerade oh gott ich will nicht wissen mit wem die sich und da hätte ich ja alles total spooky weg hier weg hier bevor hier noch irgendwelche grusel monster aus der ecke auftauchen mit dem das kind spricht oder sowas gottes willen und lass mich raten das mädchen von dem jetzt das brief den brief gekriegt haben ist jetzt auch nicht mehr da auch gott ja es ist weg kriegt die krise hier stand es oh gott na nur hier liegt etwas auf dem boden du hättest ein düster man klar das gehen wir ja noch so ein gäster item oder was vielen dank dass du den brief überbracht hast okay nee ab hier wird es mir zu spuky zu spuky wird es mir hier komm her sagen ja dann lieber mit dir hier ein bisschen rumchillen hallo na das höre ich doch gern ich habe die antike städte von passberg jetzt von oben bis unten untersucht aber ich weiß noch immer nicht welche beiden pokémon hinter dem schwert und dem schild stecken oder wo sie sich heute aufhalten so viel ist noch unklar vielleicht hilft es wenn wir noch mal die wandteppich in der schatzkammer anziehen nicht schon wieder was zum alles in der welt war das das laute geräusch eben kam aus dem chlor stadion unter dem stadion befindet sich das energiewerk des liga präsidenten eine energiequelle hier was zum ja was ist denn los meine energiequellen detektor schlägt aus so dass etwa heißen dass man hier pokémon dünner maximieren kann sonja ist viel habt ihr diesen knall eben auch gehört rosé führt wahrscheinlich wieder irgendwelche experimente durch das gefällt mir gar nicht wenn wir nicht wollen wir nichts unternehmen können wir mitten in den klaus city ein pokémon dünner maximieren im ernst das sollte ich besser rosé mitteilen gute idee ich komme mit sonst verläufst du dich nur wieder ich kann es kaum abwarten dich beim turnier nach der arena challenge anzufeuern überlass das hier uns erwachsenen und macht dich auf den weg nach kirk hester damit du dir die nächsten orden schnappen kannst wir haut ruhig ab und ich oh gott nein hey ist hier doch ich bin's hab dein allerbester freund und rivale guck mal ich linke und ein wenig weg hier ja ich hab dich gesehen ab ich hasse mein leben warum dürfen die jetzt hier score city ist ein beliebtes reise zieht für leute aus der ganzen welt kein wunder wenn du mich fragst die stadt ist wirklich großartig okay warum dürfen die jetzt eigentlich hier übrigens den spaß haben und irgendwelche krassen abenteuer erleben und ich muss mich hier mit hoppsala rumschlagen da ich gar keinen bock drauf ach kommt dieser wald und papellers fragen waren zu viel für mich ich bin immer noch durcheinander aber zum lück habe ich dich endlich wieder eingeholt komm lass uns auf rute 7 gegeneinander kämpfen vielleicht hilft mir das auf die sprünge gott ich habe keinen bock ich liebe es zu essen ich werde mich werde nicht ruhen bis sich alle restaurants in sämtlichen bahnhöfen galas ausgerührt hat okay guten hunger heute schmeckt unser essen noch viel besser als gestern versprochen am bahnhof ist immer was los hier kommen so viele leute durch das ist kein tag wieder andere hier darf man wirklich keinen moment lang unnachtsam sein sonst trifft man die sonst tritt man in die hinterlassenschaften eines duselgors okay wie ich höre hast du die arena mission das färbelig start uns bestimmt herzlichen glückwunsch das wahren sortiment hat sich erweitert gibt mir erstmal zehn progebelle und es gibt superbelle zum kaufen dann nehmen wir auch doch gleich noch ein paar mitte so haben wir eine runde zahl ich bin so ein allmann da ist das pokémon schon mal ob ich mir die neueste ausgabe kaufen sollen kommen wir mal ein bisschen unsere wirtschaft an hoffentlich kommt meine freundin bald mal dieses duselgors start mein essen schon gierig an und dann hinterlässt es nämlich hinterlassenschaften naja so sind sie die duselgors sind leute die einen wundstern finden etwas besonderes klar wenn ich fast champ geworden bin hole ich mir alle wundstern der welt und schenke sie dir romantisch ich weiß nicht wieso aber im camping schmeckt mir curry einfach besser als zu hause wegen der frischen luft und der natur und spaß ich gehe jeden tag zum friseur ich kann jetzt einfach nicht ertragen wenn meine haare durch einen erraten die paar haare die du auf dem kopf hast da warte mal wie sie bald eine klatsche der champ ist so stark das ist schon nicht mehr feierlich da bräuchte jeder malsterbliche doch mindestens zehn pokémon um gegen ihn überhaupt eine chance zu haben oder ich aber ich bin ja keiner malsterblicher ich bin ja hier der master of ultra krass pokémon trainer type so wird sorgen dann gehen wir mal noch hoppe siegen da steht ja auch sowas ja ich mag verlieren hast du mich schon zu kommen ja dann kannst du mir zeigen wo mein platz ist nämlich in der unterschicht wenn ich stark genug werden will um delion einzuholen darf ich nicht davor zurückschrecken neue sachen erst probieren du weißt sicher schon worauf hinaus will wir müssen kämpfen hat er ja ziemlich gut angekündigt eben noch da wird mehr verkämpfige aber tromburg das ist übrigens die weiterentwicklung von paragonien ein geist pflanzentyp also gut dann schauen wir mal wozu mein aktuelles team in der lage ist da ist ein geister doch gott die sind ja mega schwach im vergleich zu meinem aber ist okay da ist ein geistertyp ist müssten meine geisterattacken sehr effektiv sein wieso darf das denn anfangen jetzt mal ernsthaft ich bin gefühlt zehn level drüber und er hat trotzdem noch mehr initiative als ich gar nicht zeigt was da eine hake ist geht doch dann kannst du erinnert mich irgendwie an den von meinem bruder ok er hat schon so einen kleinen bruder komplex oder ich will nicht sagen mutter komplex aber halt stoppt elektro das ist doch ein elektro pokémon da janik ein zum teil ein boden pokémon bleiben wir bei janik oh nein ja hola dann kommt dann halt das china ran los zauberschein christina von diesem kleinen hypertränken lassen wir uns doch nicht beirren so ist das und janik versucht spukball zu erlernen mega gut 80 und 100 da könnte ich eigentlich jetzt würde langsamer verlernen ja oder slam nee wir machen wir das land behalten wir mal noch ein bisschen bis wir vielleicht endlich mal eine bodenattacke erlernen relax so gott dann nehmen wir ramona glaub wenn wir da mit einer igelsamen kombi kommen ist das glaube ich ganz gut ist das glaube ich ganz gut los igelsamen so jetzt sind wir nämlich relaxe macht kontinuierlich was ab und man kann ja man kann es nicht von mir sagt heilen oder was weiß ich jetzt bin ich paralysiert relaxe und drachenpuls jetzt kann das ja noch roter oder ich hab Bock drauf jetzt kriegt er auch noch eine letzte verteidigung ich hoffe relaxe kann nicht erholung ich meine wir haben ja schon zwei attacken raus torta und bodyslam und wenn es torta kann muss es auch dementsprechend haupten entweder verzehrer oder ein fessler können also sonst wäre roter eigentlich mehr oder minder sinnlos jetzt hat er schon drei gerottet jetzt sollte er doch übelst die krasse verteidigung aber dafür wenn er dann verzehrer oder ein fessler macht oder sowas dann ist die übelst runter und dann kann er auch nicht mehr viel ausrichten bloß abfällsäure das ist jetzt wirklich blöd von ihm gewesen also wirklich also auch wenn ich jetzt paralysiert wäre oder so durch egelsamen wäre dann absolut down gewesen ach gut ich will mich nicht beschweren Phonifra ist ein feuer pokémon da kann auch sicher Markus ein bisschen mitreden präzisionsschuss los geht's und als letztes libalo was ja auch ein feuer pokémon ist nichts geht über einen aufholsieg nachdem man im rückstand war natürlich hm 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 was soll ich jetzt zu dem zu diesem komischen Hasen sagen ist nicht meins ist echt nicht meins wenn ich selbst keinen durchblick habe können meine pokémon natürlich nicht voll aufdrehen ok weißt du bevor wir in unser abenteuer gestoppt sind war mir nie klar wie stark mein bruder wirklich ist immer wenn ich ihn im fernsehen gesehen habe war delion einfach nur dieser strahlende sterben für mich aber inzwischen weiß ich genau was meine stärke was seine stärke ausmacht und was mir dazu noch fehlt ich mag vielleicht ein bisschen langsamer sein als du aber ich bin schon viel stärker als früher danke dass du gegen mich bekämpft hast ich mach noch schnell mein team wieder fit und deins weil damit du nicht drei meter zurück zum pokémon hinterlaufen musst ich weiß jetzt was ich wirklich will ich will nicht nur gegen meinen großen bruder kämpfen ich will ihn besiegen ich begele dir an den unschlagbaren schlagen du wirst schon sehen sobald ich mir den arenaordnen clearchester geholt habe fordere ich dich wieder heraus ok wenn's dir dann besser geht oh wir sind auf Route 7 und da glitzert was ein Äther wie schlecht als Model bin ich Expertin darin die Vorzüge meiner Partner ins Rampenlicht zu stellen nett schön ok aber als Arena Challenger bin ich dazu in der Lage dir eine absolute Abreibung zu verpassen die sich gewaschen hat Janik Spukweil und jetzt noch Slam und jetzt noch Slam ich mach's oh Hornweise ich mag Hornweise ich mag Hornweise ich mag Hornweise aber auch wenn ich dich mag Janik Bugball oh das fängt sogar an eine Spezialverteidigung nice oh das fängt sogar an eine Spezialverteidigung hm egal Janik nochmal Spukweil sehr gut erhöre ich deine Verteidigung das stört mich gar nicht Janiks Spukweil hat's voll drauf oh wie weit würde er denn noch alter wir haben noch ein paar Spukbälle für dich keine Sorge da kannst du dein Block Kaffee machen wenn du das nicht bist geht doch Desirée versucht Brandstempel zu erlernen sehr gut Brandstempel ist glaube ich eine gute Attacke Rampe-Attack mit brennendem Körper je schwerer der Anwender im Vergleich zum C ist desto stärker die Attacke finde ich eigentlich ganz nett irgendwo und Desirée ist ein sehr schweres Pokémon also ne no hate ich würde vielleicht Katapult dafür verlangen oder ne wir machen wir machen mal Nitro Ladung weg obwohl das steigert die Initiative Einäschern ist stärker als Nitro Ladung aber Katapult bringt die Leute runter na ich weiß nicht ich möchte Brandstempel schon gerne erlernen aber was verlange ich jetzt ich glaube ich wäre wirklich bei Einäschern ich mag aber das ist stärker als Nitro Ladung aber Nitro Ladung ist halt noch die Initiative ach ja komm Nitro Ladung Desirée braucht keine Initiative Desirée ist stark naja oh das ist doch ein sieht aus wie Mautzi ein Mautzinger Wild ah das ist also dann erscheint die weiterentwickelte der Lamautzi ja cool fangen würde ich sagen los ja nix oh wieso müssen die mich alle eigentlich verwirren was ist los mit den Leuten hm oh nein nach Verhöhner kann ich doch oder? Kann ich da nochmal eine zweite Attacke einsetzen? ja aber dann war das Volltag nicht wo ich keine zwei zwei nicht zweimal die gleichen Attacken darauf folgendmäßig einsetzen kann äh Pokéball los geht's ja genau Verhöhner ist eine Attacke die mich zwingt Attacken einzusetzen die auch was abziehen oh Energieball ist auch eine starke Attacke 90 in 100 Art auf jeden Fall was verlern ich mir dafür Opfelsäure dafür verlernen wir jetzt endlich Bodyslam so Mautzinger Stall Pokémon das Wikinger Pokémon ha lustig es entwickelte sich nach einer langen Zeit voller Kämpfe nun kann er seine Krallen ausfahren um sie als Däuche zu nutzen alter alles klar wo geht's hier lang? und sooo wir sind hier laut und klar müssen wir über den Tempel ganz toll die Flachpferden schon wieder oh da gibt es einen Gaunuchs oder sowas ich glaube das habe ich noch nicht genau Gaunuchs los Yannick dunkelklau ist gar nicht so effektiv sehe ich gerade dran hätte Slam einsetzen sollen öh im Umkehrschluss sind Unlichtattacken dann anscheinend sehr effektiv gegen das Pokémon was ich immer wieder ver-gesse oh das ist aber echt stark eigentlich ok ich setze nochmal an dann dürfte es genug haben um uns zu fangen ja das sieht gut aus hey sollst du aber drinnen bleiben das mir rastlose Seele auf den Text geht habe ich ja glaube ich schon mal erwähnt ne so ist das schön 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 und Christina hat noch ein Level erreicht nice oh da ist ein Bärenbaum und du wirst doch schon wieder kämpfen und Kleopada das hole ich mir zuerst Kleopada oder Kleopada oh das habe ich schon dann kann ich es ja besiegen oh nein gewiss halt auf damit oh nein hmm wenigstens konnte ich die rastlose Seele noch übertragen hab ich ein Glück das heißt aber ich Mauzing damit huh ich will mir Energieball angucken los Ramona zeig mir den Energieball boah einfach weggeschossen das Ding dann wollen wir doch mal schnell Yannick heilen heilen in meiner reicht er ja gleich Level 47 wenn wir gegen Alfred hier gekämpft haben warum hast du nicht Ausrufezeichen gemacht geht doch oh da ist ein Wojtyla und ich habe einen Iskala gesehen Hallo ich Taxipilot kämpfen wollen Nick mein Name ja gut dann machen wir mal schnell das Panoritz fertig hm wie kann das eigentlich sein dass die wilden Pokémon auf dieser Route auf dieser Route höhere Level haben als die Trainer kann man das anders sagen ich glaube das waren sonst irgendwelche Spielen doch auch nichts mehr! Hieronimats! Aber das Natzen wird ganz schnell weg, oder Yannick? Wir geben ihm vor noch die rastlose Seele. Und jetzt Slam! Jetzt ist das nicht mal besiegt. Aber noch ein Slam und dann dürfte es das gewesen sein. So ist das fein. Egal wo ich hindüse, immer werde ich fertig gemacht. Der Ärger. Iskala! Das will ich haben! Dunkelklaue, los gehts! Oh, das war ja ein Volltreffer. Na gut, nein! Okay, ich weiß noch welches Pokémon mir definitiv auf den Sack gehen wird auf dieser Router. Ja, Yannick, das alle Dinge schnell, oder? Oder auch nicht. Uh! Oder ich hole mir Desiree und gucke mir den neuen Brandstempel an. Wieso setzt denn das wie noch mehr Angeberei ein? Ich mein ernsthaft, wenn ich bei Yannick geblieben wäre, hätte das Müll gebracht. Müll! Hm. Das war gut. Markus versucht Überflutung zu lernen. Nein, Überflutung ist eine Attacke, mit der man dem Gegner den Typ Wasser verpasst. Voltula, die weiter ein bisschen von Watz. Haben wir noch nicht? Wird gefangen, würde ich sagen. Los, Dunkelklaue. Ja, Elektro-Ball hat keine Wirkung. Sehr gut. Halt! Gut. So, und jetzt haben wir doch sicher hier einen Netzball, oder? Warum habe ich keine Netzbälle? Was ist denn los mit mir? Aber ein Hyperball, ich will es jetzt haben. Oh, ernsthaft. Aber jetzt mal wirklich, wo bekomme ich eigentlich Netzbälle her? Oh, so ein Naturzimmer, oder? Nee, kannst du vergessen deinen Tiefschlag. Bleib einfach im Ball und lass gut sein. Sag ich doch. So. Und jetzt möchte ich noch so ein Skalar haben. Aber erstmal ein paar Beeren. Eine Margotbeere. Und noch eine Margotbeere. Ja, los nochmal. Hier fallen aber wenig Beeren. Aber mehr traue ich mich nicht. Oh Gott, lauf mir nicht so viel hinterher. Oh, da ist ein Ausrufezeichen. Ein Schnuthelm. Interessant. Hm. 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 Ich würd's mal Slam probieren wollen. Und hoffen, dass es nicht besiegt ist. Sehr gut. Oh, Säurepanzer erhöht glaube ich die Verteidigung, kann das sein? Sag ich doch. Oh, sehr stark sogar. Aber da kann ich wenigstens noch getrosten Slam einsetzen, ohne Bedenken zu haben, dass es besiegt wird. Wieso kann denn das die Giga-Sauger? Ja. Ernsthaft? Hm. Mach ich ihn da. Ich glaube, nehm ich lieber Ramona als Pflanzen-Pokémon. Kann die Giga-Sauger da nicht so viel ausrichten. Und was setze ich jetzt ein, damit das nicht besiegt wird? Gar nichts, ne? Ich werfe auch im Beitruf. Und hoff auf die Beste. Daumen drücken. Hm. Ja. Mega gut. Cool. Jetzt habe ich aber trotzdem noch keinen Skalar. Oh, was ist denn hier los mit den Pokémon? Pokusson? Zauberschein. Oh, dieses Mautzen hat er nicht gar nicht. Und das ist noch ein zweites Artiklopps. Oh, unten ein Laukaps, genau so heißt das ja. Kleiner Funfact, Laukaps und Muthelm entwickeln sich nur, wenn man die beiden gegeneinander tauscht. War jetzt nicht so von Erfolg gekrönt, aber das ist gut für mich. Hübe aber, tu deinen Job. Sehr gut. So, und jetzt noch ein Iskalar für mich bitte. Oh, das Vieh nervt mich. Jetzt sind da schon drei. Oh, und jetzt... Hallo? Das Vieh ist voll schnell. Oh, das Vieh ist voll schnell. So bekomme ich doch nie meinen Iskalar. Und hier gibt's wilde Toxel. Davon haben wir ja schon eins geschenkt bekommen. Aber wir haben's nicht entwickelt. Und das heißt, wir fangen jetzt eins und können das entwickeln. Ich hoffe nur, dass es nicht kaputt geht. Ja, wir probieren einen Iskalar und hoffen aufs Beste. Oh, das war... Das war gut. Oh nein, wie sie heute wollen, Helm. Verdammt. Wir wechseln zu Ramona. Boah, das war ja mega knapp. Ja, ich weiß. Doch, Mann. Toxel. Toxel, komm schon. Du wütst drauf. Sehr gut. So, jetzt haben wir immer noch keinen Iskalar. Und so selten kann das gar nicht sein, wenn es auf der Overworld auftaucht. Vielleicht sollte ich nochmal zurück nach hier Claw City mich heilen. Und dann nochmal zurück. Dann wird nämlich auch die Route neu gestartet sozusagen. Und mit ein bisschen Glück finden wir dann ein Iskalar drauf. Und ich würde gerne Mautzinger austauschen. gegen... 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 gegen Toxel. Das ist auch der starke Toxel mit 37. Wo ist unser schwaches Toxel? Oder habe ich das schon wieder losgeschickt? Ich glaube, das habe ich schon wieder losgeschickt. Ist ja egal. Ja. Toxel hat übrigens zwei verschiedene Entwicklungen. Also nicht verschiedene. Es sind die gleichen, aber zwei verschiedene Aussehen. Und je nachdem welches Wesen es hat, hat es halt auch ein anderes Aussehen. Sag ich doch, da ist ein Iskalar. Du brauchst gar nicht weglaufen. Wo ist es denn hin? Hm, willst du mich verarschen? Jetzt ist das einfach weggerannt. Was soll denn die Scheiße? Ihr braucht mir weiter in den Sack zu gehen. Da ist es. Komm her. Ja. Was mache ich denn jetzt? Ich will das nicht schon wieder besiegen. Ich könnte Slam probieren. Wechseln nicht? Nee, zum Glück ist es geschlagen. Wer weiß, was es so eine Scheiße macht. Ja, gut. Ein Ball drauf und dann bleibt drin. Sehr gut. Ich hätte gerne noch ein zweites. Was ich entwickeln kann. Und für Bokojobs ist das auch immer ganz gut. Oh, da ist es wieder. Oh nein, jetzt bin ich da an das Aufrufezeichen gerannt. Aber das hindert ja nicht die... Die Pokémon auf der Overworld. Ich mich recht erinnere. Sehr gut. Und es ist... Ja, es ist Iskalar. Mega gut. Los, Slam. In Vertigo. Keine Ahnung, was das ist. Aber anscheinend. Könnte nicht so berauscht gewesen sein, wenn es viel schlägt. Pokéball. Pokéball. Los geht's. Sehr gut. Du 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 du. Gut, damit haben wir, glaube ich, alles, was auf dieser Route ist abgeschlossen, zisch, ab. Ich bedanke mich fürs Zusehen und würde sagen, im nächsten Part bereisen wir dann Route 8, sehe ich da hinten. Ähm, genau. Oh, wir sind schon da. Genau, bis dahin würde ich sagen, wie gesagt, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.